... und das will er jetzt alleine machen. Schießt er ihn rein. So, die Führung. Ja, jetzt haben sie das Ding erstmal in den Griff. Ich glaube, das wird noch hochinteressant. Und damit haben wir den ersten. Da pfeift der Freistoß. Wird das seine Torchance? Ganz stark und hoch. Gute Ball geholt. Jetzt können sie angreifen. Und jetzt die Chance. Macht er ihn? Ja, er macht ihn. Nächste Wahl für den Torhüter. Der Ball geht flach ins Netz. Der macht er, der Käpt'n. Gute Aktion. Jawohl, das hat er klasse gemacht. So langsam wird es gefährlich. Jetzt vielleicht. Sie liegen vorne. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. 2-1. Hier ist noch alles drin. Der City. Flanke jetzt. Alles wieder ausgeglichen. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie sie reagieren. Hatten ja eigentlich bisher alles gut im Griff. Und hier nochmal die Wiederholung. Den hat er gut gemacht. Ja, er geht da mit 1-3. Er nimmt den Kopf und trifft den Ball auch einfach richtig gut. guter Pass. Und jetzt der Schuss. Da klatscht der Ball an den Pfosten. Das könnte gefährlich werden. Schöner Pass. Und jetzt ist die Schuss. Sie liegen vorne. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. Fünf Treffer haben wir gesehen. Fünf Treffer haben wir jetzt. Und jetzt ist die Schuss. So Spiele gibt es halt manchmal. So Spiele gibt es halt manchmal. Das macht er gut. Jetzt der Schuss. Noch ein Tor. Ach, für ein Lauf. Kein Spiel für die Torhüter heute. Der Schuss. Beide Teams stehen. Beide Teams sind nicht gut. Und in der Folge sehen wir hier viele Tore. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Jetzt vielleicht. Und Tor. Aus der Distanz war es leicht für ihn. Das hat er stark mit dem Hinweis gemacht. Er kann es eben auch mit Gefühl und Technik.